Na gut. Ich bin in die Systeme des Schiffs geäckt. Jetzt kann ich einige Funktionen von hier manipulieren. Okay. Verteidigen Sie die Brücke vor dem Gegengang. Äh. Ach Scheiße. Nein. Hallo. 07 hat der Wischteam. 6-2 ist bei 7. Keine Sorge, bin gleich wieder da. Hinter ihnen 3-8. 6-2 unterstützt 7. Mal wieder. Ich bin bei 7. Hm. Ein Trando Repeater. Interessant. Alles klar, Sir. Unterstütze Delta 4-0. Hält mir schnell! Hier. Was sind das für Typen? Trandoshanische Söldner. Sie sind militärisch ausgebildet und gut ausgerüstet. Unterschützen Sie sie nicht. Los, los! Los, los! Sie umzingeln uns. Pistole. Ja! Ja! Kuss! Mach' erst mal weitchen. Sklavenhändler! Da war ein Treffer, Delta-Scheier! Delta, dieses Schiff enthält unendlich viele Daten über die Trantoshana. Ich weiß, es hat alles aufgezeichnet, was an Bord passiert ist. Jede Waffe, jedes Manöver, die Republik würde Monate brauchen, um diese Daten auszuwerten. Und die Wookiees könnten sie dazu verwenden, die Oberhand über die Sklavenhändler zu bekommen. Jippie, eine Wookie-Lebensschuld für alle! Wir müssen das Schiff... Diese Geile können sich überhaupt verstecken! Immer schön langsam und vorsichtig! Von hier kriegen wir sie nicht! Ah, Schieße! Ich bin überhaupt nicht da! Verkommt eine Mine! Präzisionsschuss abbrechen, Kommando! Ach Gott, jetzt hab ich aus Versehen! Ups! Entschuldigung, ich dachte... Was geschafft! Was geschafft! Expo vor Ort! Ja! 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 gett da mal stehen! Ja das mache ich gar schnell auf Berlin! Dann losieren meine Báoiracht. 07 und zerwischt! Hilft dir! Das war richtig schnell! Oh Gott, jetzt kommen wir aus den Kapseln auch noch super krank! Scheiße! Achtung, Granate! An AA 2 2 2 2 2 1 1 3 1 Danke. Registrier der Garage. Noch einer für den Tronthaufen! Oh, da muss er die Pien. So, ihr liebt... Delta 07 ist eintrittbereit. Das gefällt mir nicht. Platziere Sprengsatz. Schalten Sie sie von dort aus, Delta. Vergessen Sie es da. Zurück zum Ziel vor. Noch noch ein paar Sekunden. Guter Schritt. Hier stinkts nach Sklavenhändlern. Zeigen Sie, was Sie können von Mammut. Ah, schießt die Augen. All seid bereit, Sir. Bagda-Prozedur einleiten, Delta. Ja, Sir. Vielen Dank, Sir. Ich bin wieder okay. Wir brechen auf. Genau wie im Simulator. Roger, hole Bagda. Deckung, Deltas. Haben Sie genug genommen. Fühle mich schon besser. Delta, formieren Sie sich. Heilen Sie sich, Delta. Wird schon unterwegs. Von hier haben wir freies Schussfeld. Rück zum Ziel vor. Alles klar, Sir. Bringen Sie dort eine Falle an. Hier ist einer. Sprengsatz platziert, Deltas. Sprengsatz platziert, Deltas. Platzieren Sie eine Falle, Soldat. Platziere Sprengsatz. Sprengsatz platziert, Deltas. Sprengsatz platziert, Deltas. Okay, okay. Okay, die Tür geht nicht auf. Auf. Wird es bitte gehen. Wir brechen auf. Los. Erledigen wir sie von hier, Delta. Rück zum Ziel vor. Alles klar, Sir. Eine Hexe weniger, auf die wir uns zubern müssen. Ein sauberer Treffer, Sir. So, mein Wasser. Der ist weg, also. Oh, wie, oh, wie. Du bist nicht alles. Oh, wie, oh, wie. Oh, wie. Oh, wie, oh, wie. Oh, wie, oh, wie. Delta 38, ich habe die Kommunikationslisten des Schiffs analysiert. Die Trandoshaner haben ein Treffen mit den Separatisten vereinbart. Sie übergeben das Schiff? Ich werde die Republik um Unterstützung bitten. Brücken Sie einst mal in zum Hangar vor und zerstören Sie ihn. Passt doch! Sklavenhändler! Hinterhalt! Achtung! Trandoshan, beseitigt! Angreifer eliminiert! Hilflich ein sauberer Treffer! Runter kommen Sie gerade! Delta, stellen Sie kalt! Wie aus dem Lehrbuch. Sie haben den Aufzug mit einem Sprengsatz präpariert. Wir sitzen im Zellentrakt fest. Position halten, Delta. Ich überprüfe die Baupläne des Schiffs. Gut, mach das. Ich das hasse. Okay, alles klar. Ah, lass mich doch durch. 4-0, Defendifektor. Warum fülle ich mich nur wie ein Nerf in eine Gorkart-Höhle? Delta 3-8, der Zellentrakt hat einen automatischen Schließmechanismus. Tja, das funktioniert nicht. Einige Schaltkreise scheinen beschädigt zu sein. Finden und reparieren Sie die Schaltkreise, um den Schließmechanismus zu aktivieren. Humpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bacta, Soldat. Hole Bacta. In Ihrer Nähe ist einer der beschädigten Schaltkreise. Reparieren Sie ihn. 0-7 ist kampfbereit. Der hätte sich lieber totstellen sollen. Ich kann... Schalten Sie sie von dort aus, Delta. Wir rücken zum Ziel vor. Alles klar, Sir. Ja, dann geht es hier wahrscheinlich weiter. Sie kommen von allen Seiten. Achtung, 6 Uhr. Volle Deckung. Gehen wir weiter. Bacta-Prozedur einleiten, Delta. Hole Bacta. Raketenwerfer, Deckung. Oh, scheiße, Raketenwerfer. Ja. Nein. 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 Ich empfahne eine Sendesignatur. Von Klon-Truppen. Laut meiner Schüpf-Schalter, die weischt sich nicht im Schaden, wie ein Notrakt auf. Was wollen die nur mit dem Fellen-Trakt? Vielleicht mögen sie die Hitze. Ich sorge schon dafür, dass ihnen heiß wird. Wird hier raus. Delta, anders geschützt. Delta, anders geschützt. Gehen wir weiter. Anders geschützt, Delta. Roger, der die Acht hat ins Schwarte getrunken. Mal sehen, was das Ding kann. Oh, schon. Präzisionsschuss vorbereiten, Delta. Delta, formieren Sie sich! Ich hab dich geblieben! Hey! Ich hab dich hier durch den Schacht. Hat eigentlich keinen großen Bescheid. Erledigen wir sie von hier, Delta. Hier in Position, Boss. Wir bereichen Sie sich! Präzisionsschuss abbrechen, Kommando. Genau wie im Simulator. Positiv! Fast geschafft! Guter Anfang! Suchen wir die anderen Schaltkreise, Jungs! Okay, machen wir. Los, los! Hacken Sie das Terminal, Delta! Bin dabei, Team Leader! Ich bin gespannt, wie viel wir da jetzt operieren. Momentchen! Fast geschafft! Noch ein Schaltkreis! Heiser Boden! Verlassen Sie das Geschütz, Delta! Keine Munition mehr! Bin schon unterwegs! Erstmal heilen und dann kannst du erstmal da wieder rein. Falls dann noch welche kommen soll. Bin einsatzbereit, Delta Team! Delta, formieren Sie sich! Bagda-Prozedur einleiten, Delta! Ja, Sir! Vielen Dank, Sir! Roger! Geh in Position! Zeigen Sie, was Sie können, Kommando! Bereit zum Angriff! Auf! Reparieren Sie den letzten Schaltkreis, um den Schließmechanismus zu aktivieren! Weg von dem Geschützkommando! Oh, ernsthaft! Oh, Chef undтер! Wir sind entshnlich. Wir sind saber! Wir sind in einem Bauch, Vid�! Achtung! Team, Giftgas. Hilfme versiegeln. Sehr gut. Aber jetzt sitzen wir hier drin fest. Die Signatur der Klon-Tropen kommt von einer Position unter Ihnen. Suchen Sie ein Gitter und platzieren Sie eine Mine. Versuchen wir es mit Sprengstoff-Deltas. Platziere Sprengsatz. Gebt mir Feuerschutz. Jo. Was? Rot-rot-grün oder rot-grün-rot? Bumble, Scharf, Sir. In Deckung. Haben Sie genug genommen? Gehen wir, Team. Durch die Luke. Ich gehe zuerst rein. Los! Äh, wo sind wir? Wechsle Visumodus. Was zum? Soll das ein Witz sein? Okay, jetzt wird's ernst. Raus, Team. Das Landungsschiff der Trandoshana nähert sich. Lammler-Druiden, sich stü- Okay, also wir müssen den festlichen Punkt aktivieren. Verlassen Sie die Müll-Luft-Schleuse. Gott, ey. Kümmer rum. Angehend. Ja, wir sollten weitergehen. Ja, aber wo? Ach, hier wahrscheinlich. Ah, sieht richtig aus. Ob es für eine Karriere als Siegerpilot schon zu spät ist? Ich hab hier einen Versammler. Verdammte Metallklette! Das war erst der Anfang. Ist das immer noch... Nein. Nein. 6 Uhr, 3, 8. Achtung, sie sind überall. Aufpassen, freindliche Granaten! Ah! Wie können wir die Geschütze aktivieren? Hier muss irgendwo eine Schalttafel sein. Nein! Ja. Nein! 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 Faltremmer! Drauso neutralisiert. Ah! Frische Munition. Oh mein Gott! Schere dich zum Teufel! Vielleicht kommen noch die leveraging Rowdown von allen! Drang sie zu Hangar A- vorwärts. Hey, was hat der Trando vor? Team, schaff den Weg von der Konsole! Bisschen viel Lauf! 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 Konzentrieren Sie sich auf die Feinde, Leader! Achtung, Delta-3-8! Ich habe ein Schlachtschiff der Separatisten auf den Landstrecken-Sensoren! Lauf! Das hört sich nicht gut an! John? Vorsicht! Sie haben Stoßwellengewehre! Schnappen wir uns das Stoßwellengewehr! Wo ist das jetzt? Delta-38, alle noch lebenden Trantoschaner nähern sich ihrer Position! Da oben! Grenadier auf dem Steg! Oh Gott, jetzt muss ich alle Trant... fangen... Trantoschan ist das Landungsschiff in Sicht! Das Landungsschiff ist Ihre Kommandozentrale! Sie werden es erbittert verteidigen! Das Landungsschiff! Bewegung! Gehen wir weiter! Scharfschützenstellung einnehmen, Kommando! Sind unterwegs! Teilen Sie sich, Delta! Jawohl, Sir! Naja, erst mal allen! Ich fühle mich schon besser! Bagda-Prozedur einleiten, Delta! Ja, Sir, bin unterwegs! Bagda verabreicht! Los an das Geschütz, Delta! Bin unterwegs! Vornehm! Mal sehen, was das hier ist! Du kannst nicht mal dran durch! Der ist verledigt. Oh Gott. Delta, formieren Sie sich. Gönnen Sie sich ein bisschen Bacta, Delta. Ja, Sir. Scharfschützenstellung einnehmen, Kommando. Ja, Sir. Bin wieder gesund. Na, für bereit. Na, ernsthaft? Wie komme ich denn da nicht hin? Vielleicht? Da sieht er aus. Würde zumindest passen, vom Gang her. Jo. Perfekt. Präzisionsschuss einleiten, Delta. Schon wieder diese verdammten Geschütze. Na. Hat doch so. Ja, das ist tot. Deckung, Planate. Das Schick hat starke Schilde. Wir brauchen mehr Feuerkraft. Vorsicht, Detonator. Sie müssen die Raketenwerfer kontrollieren, um durch die Schilde zu kommen. Verlassen Sie das Geschütz, Delta. Keine Munition mehr. Wir 3-7 näherem nicht geschütz. Ah, mal bleib. Ja, das ist eigentlich... Ja, ja, ja. Nein, stimmt. Hä? Hä? Ja. 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 Ich glaube, da ist ja noch einer. Der Dallusiv, schließ dich! An die Raketenwerfer, holt sie runter! Mal sehen, was das Ding kann. Hinter ihnen, 3-8! Okay, da. Nein! Nein! Ich bin hier! Ich bin hier! So. Ja. Dann zerstört mal! Der Dallusiv, schließt sich zurück! Die einzige Einheit eliminiert! Wollt! Gute Arbeit, Jungs! Das Schiff ist sauber! Rettung des Schiffs Die Schlacht ist eskaliert. Die Separatisten rücken an, um ihre Trophäe zu holen. Können vier Kommandos die Stellung gegen eine unendliche Flotte Kriegstuhl halten? Die Republik zählt auf das Delta-Team. Ja, schauen wir mal, ne?